herzlich willkommen liebe yetis zu den frost landen aber eine schlechte sitte leute gehen wir einfach hier vorne kommt immer an das sind viele grüder und bauen und dreimal drei aber nicht hier auch okay auch du auch herzlich willkommen liebe yetis zu den frost landen unserem winter projekt ja das ist ein survival projekt ohne roleplay mit modtech enderlohe und smash tech genau das wird schon noch nach unserer zeit übermorgen ja hier gibt es eine geschenkkiste die die lange und dort drin gibt es verschiedene gegenstände die für jeden spieler einmal verfügbar also so oft wie sie da drin sind insgesamt verfügbar sind für die gesamte zeit auf dem server das heißt jeder von euch kann sich jetzt fünf kartoffeln und adventskalender nehmen und jeder der neu auf den server kommt kann das auch machen der muss das aber nicht sofort machen wenn er drauf kann auch keine ahnung irgendwie paar tage warten das ist das in dieser kiste und die nächste große sache ist dieser adventskalender ich glaube wenn wir ach ich stelle dir einfach mal auf hier könnt mal rechtsklick rein machen und das zeigen der adventskalender kann man dann wenn es der dezember begonnen hat die türchen öffnen und kriegt dann ein paar gegenstände ja wir nehmen das hier schon vor dem ersten jahre auf dass hier eigentlich anders leider nicht möglich ist ich hätte noch später sehen wie das funktioniert ja und ich würde sagen dann legen wir los oder was sollen wir als erstes tun studie aussuchen ich suche mit anderen baumstinker ich glaube ich überlasse euch das erst mal bis auf weiteres das hat so geleckt bei mir ich habe überhaupt erst so drei sekunden nachdem ihr es gesagt habt ihr seht dass jemand geschlagen wurde lol also ich wäre dafür wie wollen wir zusammen was bauen ja oder würde ich sagen oder oder wir machen uns also machen wir uns erst mal zusammen eins jup ja doch scheiß drauf ist komplett egal sollen wir eine höhle suchen oder einfach plump in den boden bauen ne ich finde man kann doch schon ein schöneres haus bauen ich meine wir haben holz ich würde erst mal suchen ja und zu sagen Werkzeuge bauen ja Prozent habt ihr die Bäume gleich wieder neu gepflanzt ne ne ich mache ich meine jetzt am Anfang ja das stimmt eine schöne Landschaft in der den ehäuser herumstehen die schöne Landschaft in the west in the lowest he has just earned achievement ne oh he he ja ich habe aber mehr als dreimal auf Holz geklopft weg da habe ich schon neu gepflanzt ich habe einen Kraftücke guckmar hier ohr Leute, wo gehen wir hin? also ich würde mal hier einen Ferden gucken ich denke mal da gilt es schon irgendwo ich mach mal eine spitzacke die kann man immer Alter, du bist ein scheiß Lappen, setz den wieder hin. Hier. Obwohl, so ein Fichtenholz, die kann ich auch gebrauchen. Alter, die Spitzacke ist grün, lol. Meine... Ja, also für Informationen nochmal, wir haben ein Weihnachts-Texture-Pack drin und... Ja. Ich hol mal Stein. Mach das. Oder sollen wir in die Höhle gehen? Wo bist du, wo bist du? Ich würde nicht in die Richtung gehen. Können wir machen, aber dann guck, dass du nicht im Spawn-Bereich in die Höhle gehst. Wäre ein bisschen mies für alle Nicht-Admins. Na, ne, da würde ich es nicht. Ich würde einfach weiter weggehen. Ey, Leute, es ist bloß stockdunkel und jetzt kommen die Mops. Also für... Also als Info nochmal... Ja, die Höhle ist tatsächlich hier. Könnt ihr euch einfach mal einschreiben. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt Schwierigkeiten normal... Randinformationen. Ja. Für genauere Infos stehen wir bereit. Wir sind ein offenes Buch. Oh, das ist ein Creeper. Ich hau mal Steine. Ja, das ist aber eine schlechte Sitte. Leute, gehen wir einfach hier vorne. Kommt ihr mal... Haha, das sind viele Creeper. Bauen wir uns hier einfach mal in den Boden und bauen 3x3. Aber ne, das... Hier. Hier, hier, hier. Yeah, yeah. Ach, du auch. Ach, ich baue mal umzu. Mach mit. Ich muss hier abbauen, du. So, Leute, jetzt troll. Kann man jemanden crafting table gleich hinsetzen? Bevor wir jetzt hier... ...jeder einbasteln. Weg mit euch. Wir brauchen irgendwas, was Licht macht. Ich seh nämlich zum Beispiel, ich spiel gar nichts. Ja, dann mach mal bitte. Meine Breiten, das war auch ganz unten. Hä? Ich spiel gar nichts, egal. Ja? Kannst du bitte mal mir Stein geben, dass ich einen Ofen machen kann, dann kann ich Holzkohle brennen. Schau mal, ich hab auch einen Stein. Oh. Danke für deine... Nein, nein, gib... Ah, okay. Ja, warte. Ah, nee, du hast den Schaden. Ich geh doch mal raus, ich wage mich raus. Oder hat jemand ein rohes Holz? Also Holzstämme. Ja. Kannst du mir... Hey, ich bin hier nicht. Ach, jetzt, ja. Jetzt kann ich. Ja, kann sein, dass es ein bisschen verzögert ist. Meine Internetverbindung ist heute irgendwie graus. Äh, grüß dich. Grau. Ja. Oh, je, je. Also, falls es bis jetzt ein bisschen zu war, sorry, vielleicht... Ja. Jetzt dürfte es besser sein. Sieht richtig schön aus mit dem Shader. Ja, ich finde, das gefällt auch. Also, wir haben alle drei einen Shader drinne und halt das gleiche. Licht. Hier ist Licht. Ja, warte, ich hab Wackeln. Haha, meins. Gab's hier eigentlich irgendwo in der Nähe Tiere? Ich glaub, die fünf Bratkartoffeln reichen nicht ewig. Ja, ähm, also wenn's okay ist, würde ich so ein bisschen... Dann mal rumgehen. Mach mir mal eine Steinspitzhacke. Und ich würde dann mal... Ja, mach das mal. Ich würde mir gleich mal... Kannst du mir steilen? Kannst du mir mal eine Fackel geben, weil die leuchtet bei mir in der Hand. Juhu. Ich mach mir mal kurz eine Axt und ich werd mal rausgehen... Ich mach mal Strip Mining und zu kreisen. In Wald suchen. Hat irgendjemand noch Holz für ein paar Sticks? Ich hol ein... Ja, ich hab sogar Sticks. Hier, ich krieg dir mal die Hälfte. Krieg ich zwei? Achso, danke. Kann ich... Hast du noch mehr Fackeln, oder? Äh, ja. In den Mods hast du noch mehr Fackeln. Nee, aber wir können ja... Keine Ahnung, noch ein paar machen. Die hier ist unnötig, so. Ja. Ähm, kannst du mir ein bisschen Stein geben? Wird mir gern irgendeine Hacke machen, falls wir hier unten auf irgendwen stoßen. Danke. Ah, hier unten. Ja gut, das reicht für ein paar viele Spitzhacken. Ja, und wir spielen noch in der 1-A-9. Weil die 1... Weil alle weiter oben scheiße sind. Äh, übrigens gab es wieder einen neuen Snapshot 1-13. Das interessiert mich doch nicht. Äh, es... Es gibt aber zum Teil ein paar praktische Sachen. Ein paar sind... Okay. Die uns aber nicht interessieren. Na doch, das wird schon interessant sein. Und zwar, in der Lohre, wegen dem Server allgemein und so, gibt's jetzt ein Debug-Stick, nennt sich das jetzt. Oh, God. Der hilft ja um so ein paar Sachen. Kann man sich spezielle Blöcke beschaffen, natürlich. Was man sonst nicht bekommt. Was machst du? Ich laufe hinter dir her. Mal, hier ist anderer Stein. So ein Kackstein. Niemann braucht dich. Ich hab's so damit gerechnet. Ey, ey. Schön, dass... Nicht so harter Ausdrücke. Nicht so harter Ausdrücke. Am Ende gucken hier kleine Kinder zu. Willst du mich piepen? Piep! Ah, Mist, das war ja Erde. Alter, hier kommt, ne? Ich hab noch kein einziges Erz gesehen. Das regt mich auf. Hast du die zufällig mit kill-at-e entfernt? Nee. Das war's sehr... Das war ein Scherz. Achso, hast du mich gefragt? Ja. Ja, vielleicht hab ich dir mit kill-at-e... Auf welche Höhe sind wir? Kill-at-Erz. Für den Dress. Kill-at-e... Oh, ich hab'n Lavasee gefunden. Kann ich mal die Fackel halten? Die hier? Ich hab' jetzt acht ein rohes Holz. Ey, habt ihr schon eine Kohle? Habt ihr noch nicht gefunden? Keine Erz. Nee, leider. Oh, oh, ne Höhle. Yay. Ne Schlucht. Alter. Nice. Äh, ist das, ähm... Dieser... Obsidian dort unten sieht voll grün aus. Ja, ist auch grün. Da drüben ist Wasser, da kann man runter. Ach, habt ihr schon ne Höhle gefunden? Wir haben eine Schlucht gefunden. Dort unten ist Eisen und Kohle. Ey, Fackelträger, komm her. Polibische Fackelträger. Nein, nein, nein. Die muss sich dann übergeben und schwupps, fällt sie in den Lavasee. Ja. Wir haben einen Zombie-Ball drin. Ja, wir haben einen Höhle rausgesperrt. Bei uns drin, ne? Wir haben nur eine Höhle. Nein, in den Gang nach unten. Oh, guck mal hier. Ich glaub' ich bekämpfe ihn doch mal. Da ist auch noch ne Hexe. Hexe. Nein. Frisches Eisen. Okay, die Hexe war schnell so. Und Kohle. Aus der Region nach... Ah, oh fuck. Frisch geschürft, nur hier in Deutschland. Alter, ich hab's eingesammelt. Hä? Was ist dem Ruhrgebiet? Ich hab nur vier Eisen, da ist was. Ja. Muss man den mit einem Spitzacker abbauen? Ja. Warte. Der kennt sich mit Minecraft aus. Äh. Ich kann nicht mal... Also, kann ich mal von euch gleich Stein bekommen? Ich... Mal runter? Ich habe zwei Stücke, ich kann sie dir gern geben. Kannst du hochkommen? Oder hast du ne Spitzhacke und den... Kannst du mal den Ofen von oben holen? Meine Spitzhacke ist... Ich dachte, du hättest es schon abgebaut. Nein, ich war kurz davor. Warte, ich geb dir die Macke wieder. Oh, wow. Genau. Und helf dem Moddreck beim Ofen einfach. Im Ollen. Toll, jetzt kann ich hier alleine in der Schlucht rumlaufen. In der Schlucht. Ja. Ich hab jetzt 18 Rohres Holz, damit können wir... Soll ich dich schlagen? Nein. Haha. Okay. Was sagt eigentlich deine Uhr? Die sagt grad zwölf Minuten, aber wir haben ja... Ich bin fast in La... Achso, du hast auch nur so ne Uhr. Okay, denn meine Uhr steht jetzt, glaub ich, auf 13 oder so. Und ich wusste nicht, wann genau wir angefangen haben. Äh, wir haben glaub ich zwei, drei Minuten... Ich veracht... Leute, hier ist, äh, Redstone. Also ich bin doch irgendwo Diamant. Yep. Redstone heißt nicht gleich Diamant. Aber sehr... Können wir mal die... Mach so ein bisschen eindämmen. Mehr steckt. Du hast doch keine... Kannst du mal nur um den Strahl, nicht in den Strahl. Habt ihr da unten Spaß? Weg. Ja wartet doch mal, lass mich doch mal schwimmen. Ich empfehle euch demnächst ne Kiste zu machen, wo wir... Na klar. ...die Adventskalender reintun, denn ich glaube, ich hab keine Möglichkeit eingeplant, nochmal einen zu bekommen, wenn man einmal verreckt ist. Hm. Hm. Oder wir platzieren den halt einfach irgendwo. Und wir brauchen... Ah, danke. Jo. Okay, wir brauchen hier unten... Wir brauchen hier unten einen Ofen. Ich mach mal einen Ofen. Warte, ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Oh, meine... Kartoffeln. Nein! Okay, dann... Mach mal ein paar Totschlüsse wieder. Gib mir meine Kartoffeln. Sonst wird das hier gleich in einem unschönen Unfall enden. Hey, ich hab nur drei... Ach... Hey, hast du mir da... Wie viel hast du mir gegeben? Du hast sie aufgesammelt? Drei. Da hab ich ja gar keine mehr schon. Ja. Gott. Oder hast du sie aufgesammelt? Ich... Nö, ich hab fünf nur. Achso, ja dann. Hast du überhaupt schon was gegessen hier? Ja. Hat jemand Holz? Ach, ich hab Holz. Ja, ich hab noch sechs. Ne, ich hab auch. So. Ich hol noch mal ein bisschen Eisen. Ich hab jetzt drei Eisen. Soll ich eine Eisenspitze machen? Hm... Hm... Keine Ahnung. Ja, dann... Obwohl, wenn wir jetzt was finden, möchte ich's eigentlich auch mitnehmen können, wäre schon nicht schlecht, oder? Also mach ich einen. Ja. Wenn wir jetzt die ausfinden, sind wir die absoluten Prost. Was? Nur mal kurz so eine Frage hinter vorgehaltener Hand. Angenommen, wir drohen zu verhungern, sollen wir dann eine, äh, Anfrage, Nachricht verschicken? Können wir machen. Oder lieber nicht? Ich würde es auch nicht verlassen. Bitte nicht auch. Ich würde es auch nicht verlassen. Okay, dann lassen wir's. Du meinst Schokolade, oder? Ja, klar. Ja. Das Problem ist halt, davon wird man dick. Ja. Geht gar nicht. Wir sind doch nicht dumme. Ich weiß nicht. Wir sind nicht dumme. Von euch als einzelne weiß ich das nicht so genau. Ich will ja vor allem nicht von dieser einen jenen Person reden. Dieser einen? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ey Leute, ich würde es jetzt mal einführen. Ich setz immer, wir setzen immer, bloß so als Tipp. Ich höre schon wieder, ich höre schon wieder die Zombie. Ja, immer recht die Fackeln setzen in den Höhlen. Oh, fuck. Setz sie links, setz sie links. Nein, weil wir, sobald sie links sind, weißt du, wo es zurückgeht. Oh. Aha, oh. Das heißt, wenn ich eine Fackel auf der rechten Seite sehe, dann bin ich falsch. Das ist auch kein gutes Symbol. Äh, auch kein schlechtes Symbol. Da drüben sind, ist viel Eisen übrigens, das müssen wir drüben. Ja, ob in die Höhle rein, gleich schlecht ist, das... Und Wasser ist da hinten, das sieht man. Äh. Naja, es ist auf der rechten Seite, das ist generell schlecht. Ich meine, da kann man sich auch gar nicht auf irgendwelche Sachen in Form von Argumenten einlassen. Das geht ja nicht. Äh, von rechts gibt es nicht viele Argumente. Das stimmt allerdings. Also sagen wir so, wenn man noch nicht ganz am rechten Rand ist, gibt es schon noch ein paar Argumente und ich war in letzter Zeit auch einer von denen, der sie gebracht hat. Wofür? Ja. Um einen gewissen recht, recht an, äh, rechts, rechts angesiedelten Argumentateur aus unserer näheren Umgebung zu verteidigen. Ach, das ist Gold. Ah. Äh, wo soll ich's abbauen? Hier. Ja, bau's ab. Ich glaub, ich komm gleich mal hinterher. Ich hab keine Ahnung, was du... Wo ich halt bin. Shit, Leute, hier ist ein kleiner Zombie. Oh. War der Creeper bei euch? Ja, bei Griechen. Ich bin ganz so ein, das ist... Piep. Ach klar, ich seh dich, ich seh dich. Komm mal. Wir müssen, glaub ich, was rauspiepen. Ja, ich glaub auch. Ja, wir nehmen mal ein bisschen Heizton. Einigen würd's dann noch auf'n Piepton, weil's wär ja scheiße denn da geht. Wir machen einen unterschiedlichen Piepton. Piepton für den Montech und einen für Endaloa und einen für... Ja, da gab's ja mal was. Tut mir leid. Ja, ja. Ey, wo ist das Gold-Smashtag? Irgendwo dort. Irgendwo dort nicht diese Beschreibung. Oh, du siehst das doch. Ja, aber es ist nicht auf Augenhöhe. Es ist auf... Oh, es ist nicht auf Augenhöhe. Es waren zwei Gold. Alter, hier ist Wasser. Wenn wir mal später zu viel Ironie haben, sollen wir dann einen Iron-Mann neben unsere Häuser machen? Können wir machen, aber irgendwie ist es teuer. Ja, irgendwie schon. Außer, also ich, ich glaub, ich will als nächstes, also ich will später dann eine Eisenfarm bauen. Okay, wenn du das tatsächlich machst, dann entführe ich dort einen Iron-Mann. Äh, das wird sehr schwer. Obwohl, kann man die mit irgendwas locken? Nein, das geht nicht. Wo sollen wir die Fackeln nochmal machen? Dias! Warte, 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 wo, ich komme, ich komme. Ich hab ja die Eisen-Schwissen. Dafür hab ich Kohle. Ich, ich baue sie mal so. Ich hab Kohle, Kohle. Ich umbaue sie mal. Kohle, Kohle, Kohle. Es sind schon zwei, es sind schon zwei. Okay. Es sind zwei, glaub ich. Oh. Na und, immerhin. Drei. Schon drei. Vier. Wieso umbaut ihr nicht das Wasser? Also. Weil das ist doch schon. Ach so das. Vielleicht wird das ja noch so, wie auf einem gewissen kleinen Server namens SIV-Ersatz, keine Ahnung was das bedeuten soll, wo wir erst nur ganz schwer die gefunden haben und dann hatten wir irgendwie bei jedem Hüllengang nochmal drei, vier. Also bei mir ging es ja erstaunlich leicht. Ich hab die mich selbst. Ja bei dir. Ich hab auch noch 29 Eisen. Leute wenn es okay ist würde ich fast mal hier strip, äh strip mining hier anfangen. Laufen bei euch eigentlich allen die Aufnahmen noch, denn sonst kommt bei mir so ein bisschen Nostalgie auf, falls ihr wisst was ich meine. Bei einem anderen Projekt wo wir angefangen haben, schön erstmal in ne Höhle gegangen sind und gemerkt haben die Aufnahme lieflich. Meine. Machen wir mal. Tschüss mein. Die hier ist, die hier ist, die hier ist, die hier ist. Und ich hab fast kein Essen. Was ich gerade finde, ist, dass... bei mir sieht man immer oben links was kleines noch, weil ich konnte leider nicht mit dem gleiche Aufnahme... Ja, da steht dann Recording oder so, Aufnahme. Ne, da ist das Zeichen des Aufnahmeprogramms, ein Mikrofon und die Zeit. Also ihr seht auch immer... Ja. Ah, das ist ja bei Zeitsprüngen... Das stimmt, die Zeit, ja bei Real Life, stimmt. Ja, ich nehme... Wollen wir eigentlich mal wieder hoch gehen und Häuser bauen, oder? Nein. Ach. Ich hab übrigens noch 29 Eisen. Schau mal das Zeug, was ich so hab in die Kiste rein. Sollen wir das Eisen und so gleich schmelzen? Ja. Ich hab schon, ja. Ich glaub, da ist schon für... Ob für... Doch, da ist schon für jeden ein Brustpanzer dabei. Sollen wir die jetzt schon machen? Also ich... Obwohl, was kann man denn sonst noch so aus ihren rohen machen? Ich würde Brustpanzer als Schwert machen, oder so. Ja, das stimmt. Ich mach mal Schwert für uns alle. Ja. Okay. Stein. Ja. Ist ja okay. Ich meine, ein Steinschwert ist jetzt nicht so übel. Und da PvP hier verboten ist, hast du eh nur irgendwelche Mobs zu befürchten. Und in der 1.8 waren die ja noch nicht so übel. Ja, das wird jetzt in den neuen Versionen ver... Kennt. Joseph. Ähm, kurze Info, Smash-Tack. Ich mach immer zwei Plätze frei und grabe dann rein. Weil so kann ich kein Vorkommen an diamanten Besuch verpennen. Und ich setze... Wo seid ihr eigentlich? Wir sind dort, wo der Wasserfall beginnt. Da sind... Es geht einfach in Gang in die Wand. Okay. Ich guck mal. Direkt gegenüber. Sie dürfte es dann auf jeden Fall auf den Namen sehen. Ich stell mich jetzt mal davor. Hallo. Oh, ein Crepper. Hallo. Oh. Was ist denn mit dem es schon nach Starken passiert? Keine Ahnung. Immerhin. Es war nicht mein Internet, das abgefragt ist. Okay. Ja, das sollte man wissen. Nur du hast eventuell ein Internetproblemchen. Das hört man allein schon, wenn man sich die Discord-Tonspur in meiner Aufnahme anhörte. Du warst grad ein klein wenig abgehackt. Okay, du läufst bei mir bis jetzt flüssig, ne? Okay. Interessant. Das heißt, Discord setzt die Priorität, die eigene Stimme zu versenden, höher als die Priorität, die anderen Stimmen zu empfangen. Interessant. Ja, definitiv. Ey, warte halt. Ich sollte die Diamanten vielleicht doch mal in eine Kiste legen. Diamanten. Wie viel haben wir denn jetzt? Vier. Äh, hast du die von vorhin schon drauf gerechnet? Das sind die von vorhin. Ach so. Hehe. Hat, äh, Smash-Tech jetzt eigentlich irgendwas wertvolles im Inventar? Ne, ich glaub nicht. Okay. So, vier Diamanten haben sie. Mhm. Da liegen noch fünf Baged Potatoes. Echt? Ja, die nehm ich ja nochmal. Wenn mir eine... Ja. Ähm, wie sieht's denn bei dir mit der Zeit aus, denn bei mir steht jetzt 23, das heißt... Bei mir auch. Ja, ich brauche noch zwei Minuten. Also... Noch zwei Minuten? Karten tun. Vielleicht... Oh, sorry, sorry. Vielleicht kommt der, äh, Smash-Tech in der Zeit noch wieder. Ich frage mich echt, was passiert ist. Ja. Aber ich vermute, äh, seine Verbindung ist unterbrochen worden, denn aus Discord ist er auch raus und nicht nur stumm geschalten. Auch komplett raus? Ja. Ja. Ja gut. Ich glaub, ich baue mich auch einfach mal ganz toll in die Wand. Mach's am besten nach dem selten System, wie du es jetzt gemacht hast. Jep. Du kannst auch in das Zeugerei rein, aber das... Da kannst du immer was verpassen. Ja. Ähm. Haben wir... Außer der dort hinten ne Werkbank. Hallo, ich bin wieder da. Ähm. Ah, hallo. Meine Mutter ist auf die grandiose Idee gekommen, die Sicherung wegen irgendwas rauszuziehen und hat das Internet nicht mitgebracht. Nicht. Ich hab' Aufnahme gestoppt, also ich hab' jetzt wieder neu angefangen. Okay. Soll ich noch mal ein ohrenbetäubendes Geräusch für die Zuschauer? Ach. So, fühlst du den Arm nicht an. Hottec, hier. Dein Schwert. So, was wollte ich jetzt tun? Achso, ne neue Spitzsacke bauen. Ah, da steht unser Disco-Server. Oh, nice. Ja. Ja, wenn du den Server hier befasst... War dir das etwa noch nicht aufgefallen? Hm. Nein. Ja, dann lieber Endolore hat man mich abgemacht. Habt ihr das ne schöne nervige Nachricht gekriegt, oder? Nein. Ne. Achso. Außer, dass du drauf gefangen bist. Ah. Soll ich schon mal Prostpanzer für alle machen? Prostpanzer für alle machen? Oder... Was machen wir mit dem ganzen Eisen? Hey, warte, bevor du Prostpanzer machst. An der Zeit. Äh, ja. Stimmt. Wir müssen hier ein Ende setzen. Bitte nicht schlagen. Hierzu möchte ich noch als Randnotiz hinzufügen. Bitteschön. Aha. Nicht... Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.